Heute ein Experimentier-Video. Ich scheue noch die Investitionen in den öffnen Luftfilter mit TÜV-Gutachten, weil ich ja nur meine Originalanlage fahre an das Bordglide. Und das habe ich mir jetzt von meinem Original-Luftfilter, da gab es günstig bei eBay, gebraucht die Rückplatte besorgt. Das hier ist ja der normale Lufteinlass und das ist dann hier der Einlass zum Motor. Und jetzt wollte ich hier noch ein paar zusätzliche Öffnungen reinbringen, um praktisch die Möglichkeit für den Motor durch den Luftfilter Luft anzusaugen, zu erhöhen. Im Grunde ist das ja bei dem 107er, bei dem runden Luftfilter gibt es ja auch die Screaming Eagle Variante. Da hat man hinten eine Grundplatte, da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Da sitzt dann einfach der runde Luftfilter drauf und die Glocke kommt oben drauf. Ist eigentlich das Gleiche. Also werde ich das jetzt noch mal ausprobieren, dann aber eben mit der Stockanlage. So, die Ausnehmung ist fertig. Ich bin mal auf die Montage gespannt. Ich habe das halt unterschiedlich, ich habe es vorgebohrt zum Forsterbohrer. Das ist ja gar nicht geklappt. Das meiste dann mit den Zangen gemacht und noch ordentlich gefeilt. Jetzt natürlich noch den Staub ordentlich entfernen, will ich ja nicht im Motor haben, auch wenn er noch der Luftfilter ist. Okay, ich bin gespannt. Jetzt mal angebaut. Also man sieht, auch wenn ich hier eine große Ausnehmung gemacht habe, so viel Platz ist gar nicht gewonnen. Das spricht natürlich schon für die offiziellen Luftfilter, offiziell. Ja, doch offiziell. Die freien Luftfilter eben, die dann hier an der Seite eben die Ausnehmung haben und hier vom Rand viel mehr Luft ziehen als jetzt hinten durch. Das ist halt die normale Öffnung. Die habe ich jetzt noch zusätzlich geschaffen. Ach, ich probiere es einfach mal aus. Ja, klassisches Bastler-Fail. Rund ist er, ja. Aber wenn man sich das Original nochmal anguckt, hier sind ja Gewinde drin, damit man auch die Abdeckung drauf machen kann. Da nicht. Gut, dann fällt der Test jetzt ins Wasser und ich überlege mir, ob ich die Dateien jetzt lösche oder trotzdem hochlade. Ja, sorry.